Zunächst möchte ich mich dann erst einmal etwas mehr vorstellen. Ja, wie gesagt, ich bin Saskia, ich bin 19 Jahre alt, werde im Januar 20, nicht 25, 20. Ich mache im Moment mein Abitur auf einem Gymnasium. Ich war zuvor auf einer Realschule, habe dort meine Qualifikation nicht bekommen, habe dann nochmal einen Umweg über das Berufskolleg gemacht, in einem Jahr Berufsfachschule. Und ja, also es war einfach der Wille da, ich habe mich nicht zufrieden gegeben mit dem Realschulabschluss und wollte einfach mehr und kämpfe mich durchs Abitur und werde es hoffentlich schaffen. Also ich setze alles daran. Ja, meiner Freizeit, ich singe sehr viel, ich tanze sehr viel, ich drehe sehr gerne diese Videos, ich bin sehr gerne mit meinen Freunden unterwegs, dass ja einige Aktivitäten leiden leider unter dem ganzen Schulstress, aber ich denke, das ist zu verzeihen, denn am Ende habe ich was vorzuweisen, kann stolz darauf sein. Ja, was kann ich doch erzählen? Ja, was kann ich doch sagen.